Hallo, ich bin Frau Lux und heute tauchen wir ein in die 20er Jahre. Mia Lime ist das Label für Fascinators und Haarschmuck im Vintage-Stil. Aus dem Londoner East End und den spanischen Flamenco-Tänzerinnen zieht Mia Lime ihre Inspiration. Hinter diesem ganzen Label steckt Samira, die absolut ihre Leidenschaft im Haarschmuck gefunden hat. Eigentlich hat es irgendwie immer was mit Federn zu tun. Also viele Fascinators, die sie macht, sind mit schönem Federschmuck oder mit Perlen- und Spitzenbesatz. Also alles immer sehr handwerklich und sehr fein und elegant. Passend dazu gibt es nun etwas ganz Neues von ihr. Sie hat sich inspirieren lassen von den goldenen 20er Jahren und von dem orientalischen Chick. Und es gibt jetzt erstmals orientalische Turbane. Das ist schon wirklich etwas Neues. Also ich habe es noch nie gesehen und tatsächlich in Hamburg und in Berlin gibt es ja auch hier diese großartigen Bohem-Sauvage-Veranstaltungen, wo man eigentlich alles von den 20er bis 30er Jahre schick findet. Und genau dafür sind diese Turbane perfekt. Es gibt die in allen möglichen Farben und Samira hat sich da ganz viel Mühe gegeben, die zu verzieren, eben mit Perlen. Es gibt einen ausgewählten Federschmuck und das Ganze ist ein Samtturban. Also es sieht auch noch elegant und zeitgemäß aus. Dadurch, dass es alles Unikate sind, was sie da herstellt, freue ich mich jetzt umso mehr zu sagen, dass wir einen dieser tollen neuen Turbane in Bordeaux verlosen werden in diesem Adventskalender. Und das ist ganz schön einfach. Ihr teilt jetzt einfach dieses Video und könnt diesen wundervollen Turban gewinnen. Ein echtes Unikat und absoluter Hingucker auf jeder 20er Party. Und was natürlich ganz cool ist, ihr könnt euch sonst auch einen Turban oder Haarschmuck individuell bei Mia Line anfertigen lassen und schaut auf jeden Fall auf den Frau-Luchs-Markt-Platz, denn da gibt es noch ganz viele schöne Einzelstücke zu erwerben. Schnell zuschlagen und Unikat schnappen und glücklich sein und viel Erfolg beim Gewinnspiel. Schnell zuschlagen und Unikat zu erwerben.